Im vorigen Abschnitt wurde die erste Pivot-Tabelle angelegt. Pro Lieferant wurden statistische Kennziffern wie Summe des Umsatzes, wie häufig Durchschnitt, größter und kleinster Umsatz mit Hilfe einer Pivot-Tabelle zusammengestellt. In der zweiten Pivot-Tabelle, die ich auch wieder aus diesem Datenbestand ableiten will, meine Ausgabenliste aus dem Jahr 2004, da möchte ich Lieferant und Brutto eingehen lassen, ebenso der Monat, um über die einzelnen Monate dann also auch verfolgen zu können, was hat der einzelne Lieferant dann für den Umsatz gemacht, in welchem Monat. Und dann möchte ich noch einen Filter einsetzen, das ist die Zahlungsart, was habe ich bar bezahlt, was bei Reifeisen abgebucht oder wie auch immer. So viel zur Vorrede. Jetzt soll die Pivot-Tabelle angelegt werden. Das geht wie gewohnt über das Register einfügen und vorne ist die erste Schaltung, die Pivot-Tabelle. Und da wird, weil ich schon in dem richtigen Bereich stehe, schon vorgeschlagen, die Daten zwischen A8 und I178 zu nehmen. Das ist richtig gewählt, weil zwischendurch keine Freizeilen existierten. Wenn das der Fall wäre, hätte ich den Bereich jetzt noch manuell erweitern müssen. Weil es grundsätzlich sinnvoll ist, Daten und Auswertung zu trennen, lasse ich es auch bei neuem Arbeitsblatt, wo die Pivot-Tabelle dann angelegt werden soll. Klicke auf OK und habe jetzt das neue Arbeitsblatt. Tabelle 1 steht hier unten. Und da habe ich eben gesagt, dass ich die Lieferanten haben will beim Zeilenfilter. Also Zeilenfilter soll Lieferant sein. Äh, Zeilenbeschriftung. Dann sollen bei der Spaltenbeschriftung die Monate eingesetzt werden. Sie sehen schon, hier tauchen die Monate auf, hier die Lieferanten. Dann möchte ich die Zahlungsart, also Bar oder Abbuchung bei Weifeisen oder was auch immer, möchte ich bei Berichtsfilter haben. Das taucht dann hier oben links in der Ecke auf. Und jetzt kommt das Entscheidende, die Brutto-Beträge. Die möchte ich also bei den Werten haben. Und die sind jetzt also auch hier eingesetzt worden. Die Pivot-Tabelle ist fertig, wenn man davon absieht, dass noch nicht sinnvoll formatiert wurde. Wir sehen, hier gibt es zum Beispiel noch Zahlen ohne zwei Nachkommastellen, was ja hier ganz sinnvoll wäre. Dazu drücke ich die rechte Maustaste hier in der Tabelle und wähle dort Zahlenformat aus. Und gebe dort an, Währung, aber das Euro-Zeichen brauche ich nicht. Klicke auf OK. Und wir sehen, jetzt sind also überall zwei Nachkommastellen eingesetzt. Ich kann, um weitere Einstellungen vorzunehmen, kann ich auch die Pivot-Tabelle-Feldliste schließen. Dann sehe ich mehr Daten. Der Aufbau ist im Augenblick so. Zeilenbeschriftungen die Lieferanten, Spaltenbeschriftungen die Monate. Jetzt könnte ich sagen, ich interessiere mich aber nur für das erste Quartal. Dann sehen wir, hier können wir bei der Spaltenbeschriftung alle abwählen und nur die Monate 1, 2 und 3, also das erste Quartal, auswählen. Das bringt uns dann auch zum Gesamtergebnis für das erste Quartal pro Lieferant. Und hier unten haben wir dann die Gesamtsummen für die einzelnen Monate und für das erste Quartal. Wenn ich das wieder umstelle, statt Spaltenbeschriftungen nur die Monate vom ersten Quartal, will ich wieder alle Monate haben. Dann sehen wir natürlich rechts unten, wie wir das ja auch schon mal gesehen haben, die Gesamtsumme von 10.247,48 Euro für alle, die sich dann auf diese Monate so verteilt. Das ist jetzt die Tabelle für die Darstellung der Summen in den Monaten. Jetzt möchte ich das Ganze aber prozentual haben. Das geht auch. Dazu kann ich auch wieder die rechte Maustaste drücken und wähle dann die Wertfeldeinstellungen aus. Standardmäßig wird also das angezeigt, Summe vom Brutto in diesem Fall. Aber hier gibt es ein zweites Register, das heißt Werte anzeigen als. Und da wähle ich Prozent des Ergebnisses. Das heißt, alle Umsätze zusammen sind 100%. Und hier wird gefragt, wie teilen sich diese 100% auf die einzelnen Lieferanten und Monate auf, also Prozent des Ergebnisses. Und dann gehe ich auf OK und ich sehe hier Prozentzahlen. Nicht gerade übersichtlich, weil die vielen Nullen da stehen. Hier unten für die Monate ist das Gesamtergebnis schon sehr übersichtlich. Und auch die letzte Spalte ist sinnvoll dargestellt. Mit der rechten Maustaste komme ich wieder in das Kontextmenü und kann das Zahlenformat auswählen. Und da ist eingestellt, dass eine Vorkomma und zwei Nachkommastellen mit einem Prozentzeichen auftauchen und sonst nichts. Man kann das aber über benutzerdefinierte Formatierung ändern. Für die positiven Prozentangaben will ich das so lassen. Aber ich habe die Möglichkeit, für negative Prozentzahlen was einzugeben, was nicht vorkommt. Oder für den Fall, dass es genau Null ist. Also drei Wertebereiche kann man da angeben. Positive Prozente zwischen ersten und zweiten Semikoloren, die Angabe für negative Prozentzahlen. Und danach, wenn es genau Null ist, da ich an diese beiden Stellen nichts hingeschrieben habe, wird auch nichts angezeigt. Ich klicke auf OK und sehe das Erwartete. Dass nämlich an vielen Stellen überhaupt nichts steht, wo keine Umsätze im Monat getätigt wurden, ist einfach freigelassen. Obwohl da natürlich in der Tabelle weiterhin Null Prozent steht. Das sehen wir, wenn wir da reinklicken. Aber angezeigt wird es eben nicht. Soviel zur zweiten Statistik, die dann noch zu beschriften ist.